Industriekaufmann hat ja die Besonderheit, dass man selbst noch etwas herstellt. Bei uns ist natürlich das Aluminium-Profil und wir befassen uns von der Beschaffung im Einkauf, über den Vertrieb, über das Marketing. All das sind so Prozesse, die man lernt. Wenn du sagst, ey, ich mag es mit Menschen zu kommunizieren und ich habe Lust ein Unternehmen zu starten, wo irgendwie noch ein familiärer Flair herrscht, dann würde ich sagen, bewirb dich bei APT als Industriekaufmann. Musik